Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschafts-Simulator 22. Ich bin der Shorty von der Test Area. Wir sind auf der Map Erlingen. Aber das ist natürlich nicht der Baumarkt, das ist der Bauernmarkt. Ich habe das in einer der letzten Folgen voll verwechselt. Trotzdem hätte ich das gerne hier zum Bodengitter oder eine Markierung. Mal so schütten wir das ja auf Beton ab. Und die verschwinden einfach. Egal. Karl, wir haben eh kein Licht im Saal. So, Lohndienstleistung abgeschlossen. 28% Rabatt auf zukünftige Felder. Ja, 1253 Euro bekommen wir. 41 Euro Umweltbewertungsbonus. Ja, das heißt der Rest ist unser. Du hast nichts zu tun. Du gehst hier ins Vorgewende vom Kalten. Du bist bald fertig. Ja, der ist unterwegs. Er braucht nochmal Dünger. Dünger, Dünger, Dünger. Da bleibe ich jetzt bei. Wir haben Dünger zu stehen. Beim Harzucker. Den werden wir jetzt erstmal benutzen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Saatgut oben. Das N ist nicht angegeben. Mal sowas. Das ist hier mit der Waldjöne. Den sollten wir doch eigentlich... kriegen wir den wieder nicht hoch genug. Wir müssen erst das Püppchen ausblenden. Dann... kriegen wir so nicht geladen. Also müssen wir da dann... dicht dran fahren. Ich glaube... Ich glaube... Man müsste ja... die R-Taste, genau. Auffüllen. Auffüllen. Und nochmal auffüllen. Voll. Okay. Saatgut packen wir dann den Rest auch noch ein. Der Rest ist Kalk. Okay. So, dann fahrt zu Feld 59. Mach deinen Job weiter. Müssen wir hier jetzt sehen. Möchte da nochmal gucken, ob ich die Reste weggerodet bekomme. Mit dem... Mit dem... Helfer, ne? Ich stelle hier hin. Und sage, ah, wie Heini. Nein, der klappt sich auf. Weil das ist mir dann auch zu viel, was da noch steht. Das kann der Standardhilfer... auch wenn der Standardhilfer... von den Grundeinstellungen her... mehr Lohn nimmt... als andere Helfer... What's you doing? Warum you don't drive geradeaus? Mach mal. Mach einfach. Ach, da ist auch noch. Das ist ready. Okay, dann bringen wir den Kalkstreuer jetzt zurück. Entladen den beim Händler. Boah, ich muss den niesen. Schon wieder. Ihr kennt das. Danach müssen wir dann striegeln. Und danach fake spritzen. So, du solltest jetzt eigentlich in der Lage sein... den Rest des Feldes fertigzustellen. Ich hätte gerne noch einen Traktor mehr jetzt... der das Walzen übernimmt. Aber gut. Freut mich, es ist nicht. Hätte, hätte, hätte. Und weiter geht's. In den Text. Tempo. Sehr gut. Sehr gut. Du wartest. Der Roda... arbeitet hier... irgendwas... soll mir recht sein. Solange er irgendwas arbeitet... Was gibt Geld? Ich könnte unseren Abfahrer... der bei dem Roda ist... den kann ich schon mal nach Hause schicken. ähm... den brauche ich hier definitiv nicht mehr. Der könnte walzen, ne? Ja... Ja... konnte der... Ja, der wuselt hier noch eine ganze Weile rum. Deshalb reicht mir der Abfahrer noch. Du bist zu leicht. Viel zu leicht. Der Kalkstreuer macht mit dir was er will, ne? Ich hab da so viel Kalk noch auf dem Hof. Ach ja. Boah! Ab. Halzerkennler. Also erstmal den geliehenen... dann eine walze haben wir nicht allein uns die 12,3 meter walze die dann muss ich den Kalk gleich vernünftig hinstellen die denn die 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 bei den 50 sollte das sein so erster Weg kommt. Job erstellen. Hier fährt Quern. Wir haben zwölf Meter. Ein Fahrzeug, zwei, drei vorgehende Bahnen. Mach auch gerne hier Beeten. Generieren. Und dann speichern wir. Feld 59 Walzen. Zwölf Meter. Dann lass mal knackern. Dann haben wir das nämlich auch am Laufen. Sieht gut aus. Die schicken wir. Stellst das jetzt erst mal mit. Und wenn du das weggestellt hast, dann schicken wir die Striege. Dann haben wir das auch erledigt. So komplett abkuppeln. Nein, nein, nein. Ich sag grad noch. Komplett abkuppeln. Nöööööööö. macht er wieder nicht dafür schiebt er jetzt die wechselbrücke da drum rum alter das ist der vorteil beim harten lüftsystem das ist ein bisschen simpler zumindest für den shorty aber es ist wie im real life du brauchst talent und viel übung für die wechselbrücke das ist im real life nicht anders kannst du da nicht eben auf den lkw den bock springen dann erfolgreich wechselbrücken fahren das wäre nichts muss man richtig üben jetzt mein lieber herr gesangsverein geschafft 53 erster wegpunkt stiegeln und abgefühlen das war jetzt eine schwere geburt er steht hier und glaubt er wäre fertig ich habe hier aber das bisschen hätte ich gerne noch weggefräst das ist jetzt die sisyphus arbeit das kostet mich am ende mehr mehr lohnkosten als ich damit verdiene wir holen uns den abfahrer jetzt mal her er sollte er kommen und dann finden wir hier auch mal ein ende da ist er in bewegung steht jetzt hier auf rufwagen junger 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 so baumarkt ok sollte jetzt reichen 3200 l Ja, es geht bergauf, ich habe mal die Walze gepimpt auf 22 kmh, das schafft er dann gleich auf gerader Strecke hoffe ich, wenn der Kipppunkt erreicht ist und dann natürlich vom Rückweg hier kommt so der Knickpunkt noch nicht, ich hätte den Großen da draufsetzen sollen, ärgerlich wieder, so eine Zeitverschwindung, jetzt ist der Berg aber geschafft, Achtung, 10, 11, 12, ich habe dich doch gepimpt, auf mehr als 12, 22, oder habe ich das vergessen? Wenn ich das vergessen habe, selbst schuld, dann bin ich selbst schuld, wenn ich das vergessen habe. Wenn der nicht schneller wird als 12 kmh, dann habe ich das vergessen. Ach herrje, wie ärgerlich ist das denn jetzt? Okay, ich muss kurz eingreifen. Dann habe ich jetzt mal kurz eingegriffen. so, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja wohl, 14, er ist immer noch zu schwach, ja, aber nichtsdestotrotz kann er jetzt, wenn er will, schneller fahren als 12, also Walzer schaffen, ne? Das ist die Seemaschine. Das ist die Seemaschine. Ah. Wir können die Walze dann gleich tauschen, also die Seemaschine abgeben und ihm die Walze abnehmen. Das können wir gleich machen. Hier muss noch die Fake-Spritze arbeiten. Weiß ich, wie man das Stück sagt, ne? Ach ja. Ja, ja, ja. Ende. Ausgekippt. Aussteigen. Äh. Schnell noch einmal speichern. Vor die Sicherheit. Weil vor die Sicherheit, die Sicherheit geht vor. Und abschließen. Oh, mal 14.000 und 90. Ja, 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 ja. Hat er sich gelohnt? Ja, weg. Bist du zu lange, sag ich. Ich weiß. Ah. Lass er knacken. So, und. Goodie. Oh, ja. Das wird ein schönes, großes Rapsfeld. Auf alle Fälle. Auf jeden Alltag. Gut, dass ich den Kurs gespeichert hab. Wir sind fertig mit Ansehen. Ist das wahr? Dann können wir die Track-Torn tauschen. Aber ich muss ja erst leer machen. Ah. Moment. Haben wir gleich. So. Trecker getauscht. Wo ist der Kleine? Der ist weggefützt. Dahinten. Der fährt jetzt erstmal zum Hof. Und. Unser 724 übernimmt jetzt das Walzen mit 22 km. Ah. So kommen wir voran. Gell? Ach. Ist schon wieder so spät. Auch Zeit. Striegeln ist fertig. Wir müssen dann jetzt also nur noch Fake spritzen. Wir müssen nur noch fertig walzen. Und den Tieren Wasser bringen. Und beim Fahrzeughändler aufräumen. Lalalala. Okay. Ein bisschen hoch. Ne. Ein bisschen zurück. Ein bisschen runter. Jetzt. Sehr gut. Wir müssen die Fake spitze abholen vom Fahrzeughändler. Wir müssen das Wasserfass laden. Und die Tiere tränken fahren. Leidetiere. 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 Geh. Ja. Und wie gesagt. Ein bisschen verordern sollen beim. da wartet ein bisschen wasser auf arbeit an arbeit meine ich packen wir es an ich denke das geht erstmal jetzt brauchen wir die spritze weil wenn wir mal gucken da 85er wert kommen wir nicht akzeptieren würde sich das ändert sich alles nach der ersten ernte so spritze 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 ist hier da muss das isaias präse system ist hier ein spray muster dran mieten wir holen hier aus dem kanister das herbe zieht da müssen wir zu feld 53 mit waren und spritze 24 meter kurs laden und dann kann er ab wie so du bist ready dann gehst du zum brunnen dich auffüllen und fährst dann damit sind die tiere komplett versorgt die walze arbeit geht hier auf hochtunen also nach dem walzen sind wir im august fertig mit dem feld nach dem feld spritzen auch mit der wiese ich glaube das schaffe ich aufs krumm dass wir beim nächsten mal in den september froschburg habe ich ein gutes gefühl gut ihr lieben bösen und diversen vielen lieben dank wieder fürs zuschauen mitmachen dabei sein ich freue mich schon wieder auf eure kommentare gerne auch auf discord der link zum community discord server befindet sich wie immer in der video beschreibung unter mehr ansehen ich war bin und bleibt der schatten von der test area und ich bin damit für heute raus passt gut auf euch auf bleiben wir gewogen und was in der heutigen zeit natürlich das wichtigste ist bleibt gesund bis zum nächsten mal ihr lieben ciao ciao